Also wie gesagt, wir haben immer gesprochen über Architekten, über Hausbau, aber man braucht natürlich auch andere Sachen, auch fürs Backen, für die Küche. Und heute zeigen wir euch, wie gesagt, ein Geschäft, wo man also wirklich tolle Sachen, also wirklich von guter Qualität kaufen kann und zwar auch mit guten Prozenten, also auch etwas preiswert, aber wirklich qualitativ sehr gute Sachen. Okay, also falls es euch interessiert, bleibt einfach dran. Okay. 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 Und wie schaut es aus? Ich denke, das ist eine kleine Auswahl, das ist nur eins von vielen Geschäften, wo man solche Sachen auch erhaben kann. Aber es sieht ja schon ganz nett aus, also wir haben auch unsere Sachen praktisch fast alle auch hier gekauft, halten schon so viele Jahre und heute praktisch sind wir hier nochmal vorbeigekommen, um ein paar Sachen einzukaufen. Also von daher, falls es euch gefallen hat, einfach Daumen nach oben, wie immer, schreibt einfach eure Kommentare, eure Fragen, falls ihr habt, immer unten in der Beschreibung. Und einfach den Kanal abonnieren und einfach mitteilen mit anderen, sicherlich anderen, Freunde oder Bekannte auch Interesse, solche Sachen sicher anzuschalten. Okay, also bis dann, war es gut und bis zum nächsten Video. Okay, ciao, ciao.